Mood Talks. Ein Podcast der Mood-Macherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen zum Mood Talk. Ich habe heute zwei Gäste eingeladen, Johanna Leitner und Wolfgang Laluszek. Und was uns drei eint, neben, ich glaube, vielen anderen Gängern, ist auch die Beschäftigung mit der Frage, in welcher Welt wollen wir leben? Wie schaut sie aus und wie kommen wir zu dieser Vorstellung, wie wir sie uns wünschen? Vielleicht kurz ein paar Worte dazu, woher ich die beiden kenne. Die liebe Johanna war der erste Gast auf dem Mood Talk Podcast und wir haben damals gesprochen, wie Netzwerke authentisch und quasi unter Einbindung unseres Herzens entstehen können. Und den lieben Wolfgang kenne ich an und für sich über die Sustainability Challenge, wo ich mit der Mood-Macherei vertreten war und du, Wolfgang, mit Planet Yes, einer ganz, ganz spannenden Organisation und Plattform auch. Heute möchten wir uns austauschen zum Thema offenes Herz und auch so hineinschauen in Intuition und Offenheit nach innen. Und ich möchte kurz erklären, warum es um dieses Thema geht. Wie schon im letzten Podcast ist auch dieser Podcast heute, dieser Mood Talk, ein Vorgespräch für den Soul-Kalender. Das heißt, der Menschen für Solidarität, Ökologie und einen zukunftsfähigen Lebensstil. Diese wunderbare Organisation gibt einen interkonfessionellen Kalender heraus. Und 2023 wird das Thema, das Überthema Offenheit sein. Und dann gibt es eben zwölf Unterthemen zu verschiedenen Aspekten von Offenheit. Im letzten Mal ging es schon um Nahrungsfreiheit und den offenen Geist. Und heute wollen wir so quasi aus dem Kopf rauswandern und uns ins Herz begeben und uns mit dem offenen Herzen beschäftigen. Ich möchte vielleicht einmal das Gespräch anstoßen, so in die Richtung, was ist denn ein offenes Herz überhaupt? Also das ist etwas, wo wir vielleicht so viel dazu haben, aber was können wir uns denn eigentlich darunter vorstellen? Auch aus euren unterschiedlichen Perspektiven heraus. Ich fange vielleicht mit dir, Johanna, an. Wir haben damals auch über die Herzgespräche besprochen und du arbeitest sehr viel auch auf der Herzensebene in deiner kreativen Tätigkeit. Und du bist auf der einen Seite Grafikerin und Texterin und auf der anderen Seite hast du gerade gesagt, du arbeitest auch energetisch und sprichst das Herz der Menschen an. Was ist ein offenes Herz? Ja, hallo Ira. Danke erstmal für die Einladung. Ein offenes Herz ist einerseits ein riesengroßes Thema für ganz viele Menschen. Und andererseits finde ich es aber gar nicht so komplex. Wir machen es nur oft, glaube ich, sehr viel komplexer, als es wäre. Also ich habe zumindest in meiner Arbeit immer wieder feststellen können, dass es für die Menschen sehr neu ist, auf dieser Herzebene zu kommunizieren. Weil wir eigentlich immer mit einem offenen Herzen verbinden, dass es sehr verletzlich ist. Also wir haben immer das Gefühl, wir müssen da irgendwas schützen. Es darf nicht ganz so gezeigt werden, wie es eigentlich ist. Aber eben auch, weil da irgendwie eine Gefahr damit verbunden ist. Und ich glaube, dass wir deswegen recht viel Kraft investieren, dass da nicht jeder reinschauen darf. Und wenn dann plötzlich aber jemand da ist, der trotzdem hinschaut und auch liebevoll damit umgeht, dann trauen wir uns plötzlich ein bisschen aufzumachen. Und in dem Moment merkt man sofort, wie gut das tut. Das ist auch total neu, aber es tut total gut, einfach so gesehen zu werden. Also in dieser Gesamtheit wahrgenommen zu werden. Und ich merke, also wenn das bei mir in einem Gespräch passiert, wenn diese Drehung quasi stattfindet, dann spürt man das sofort. Da wird was weich. Und ich verbinde ein offenes Herz mit einer Sanftheit, also mit einer Weichheit. Sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Also sehr auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, wie man auch kommuniziert. So würde ich das jetzt mal im ersten Moment beschreiben. Ja, was da jetzt bei mir sehr stark angesprochen hat, war diese Weichheit. Weil ich mir auch überlegt habe, für Menschen, die vielleicht mit dem Begriff offenes Herz wenig anfangen können, und die sagen, was ist das für ein Geschwaffel oder so, esoterisch, keine Ahnung. Wie kann man das spürbar oder vielleicht auch erklärbar machen? Und so diese Weichheit, also dieses Gefühl, irgendwas verweicht, weicht auf, macht auf, das kenne ich auch gut aus dem Leben. Und jetzt möchte ich dir, Wolfgang, gleich die Frage stellen, so quasi zwei Fragen. Weil du bist auf der einen Seite auch Coach, wo du dich mit Menschen in Krisensituationen beschäftigst und vielleicht das, was die Johanna jetzt beschrieben hat, sehr, sehr gut kennst. Auf der anderen Seite bist du aber auch Neurologe. Und was mich interessieren würde, gibt es jetzt quasi auch ganz wissenschaftliche Zugänge, die vielleicht erklären würden, was diese Weichheit ausmacht. Also ich mutmaße jetzt einmal ganz leidenhaft, so mehr Parasympathikus-Aktivierung, andere Neurotransmitter, aber vielleicht ist das auch alles ein Holler. Was meinst du dazu? Also meine erste Antwort jetzt dann noch auf diese generelle Frage des offenen Herzens wäre gewesen, das offene Herz ist der Normalzustand und das geschlossene Herz ist der gestörte Zustand. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der extrem viele Menschen mit geschlossenem oder halbgeschlossenen Herzen herumlaufen, weil sie glauben, dass das so notwendig ist oder weil sie verletzt wurden, sehr früh oft schon, oder weil sie systematisch über so viele Jahre so unmerklich verletzt wurden, dass sie es als Normalzustand erlebt haben, während das offene Herz eigentlich der gesunde Zustand wäre. Und was das physiologisch oder neurophysiologisch auf sich haben könnte, das eine hast du schon angesprochen, das ist eine Aktivierung unseres Entspannungssystems, des Parasympathikussystems, das uns einfach auch resilient macht, das uns regenerieren lässt, das den Körper einfach in einen angenehmen, entspannten Zustand bringt. Wobei ich sage, gar nicht unbedingt glaube, dass es jetzt nur Parasympathikussaktivierung sein muss, weil für mich offenes Herz, einerseits sehr schön fand ich diesen Aspekt der Sanftheit und Weichheit. Und zwar würde ich vielleicht ergänzen, Sanftheit und Weichheit aus Vertrauen und Stärke heraus. Nicht, weil ich so ein Hascherl bin, sondern weil ich es mir leisten kann, sanft und weich zu sein. Und was, bis ich mir vielleicht auch vorstellen könnte, oder für mich intuitiv zum Begriff des offenen Herzens gehört, ist aber auch Begeisterungsfähigkeit. Also so etwas sehr Aktives, Positives. Und da wird ja durchaus auch unser Sympathikusnerv, der quasi Aktivierungsnerv, erregt. Aber sicherlich eben auch immer mit einer ausreichenden parasympathischen Komponente, sodass unser Stressverarbeitungssystem zwischen Sympathikus und Parasympathikus lebendig schwingen kann. Und so würde ich es eigentlich beschreiben. Also auch nicht nur parasympathische Aktivität, weil das wäre dann teilweise schon eher Schlaffheit, Starre, zu wenig. Aber dieses lebendige Schwingen, das sehen wir auch in Messungen. Wir können diese Variabilität anhand des Herzschlags messen, wir nennen das Herzraten Variabilität. Und da gibt es für jede Altersgruppe und Männer und Frauen Vergleichswerte, wo ich sagen kann, wie schaut das bei einem bestimmten Menschen aus, verglichen mit einer gesunden Frau, gesunden Mann seines Alters. Und da wissen wir eben, je entspannter wir sind oder je resilienter und je gesünder ein System ist, umso höher ist die Variabilität des Herzschlags. Also umso unregelmäßiger schlägt das Herz. Das klingt ein bisschen paradox, aber ich sage immer ganz gern, dann fügt es sich frei so zu schlagen, wie es gern möchte. So ähnlich wie wenn wir mal einen Tag haben, wo wir nicht so viele Termine haben. Ich kann mich der einen Aufgabe ein bisschen länger widmen, der anderen ein bisschen kürzer. Ich kann variieren. Und dann gibt es Tage, wo ich sage, heute bin ich nur mehr am Roboten, weil es voll durchgetaktet ist. Und ähnlich ist es beim Herzschlag und bei der Aktivierung des Stresssystems. Also sozusagen ein ausgeglichener Zustand ist von einer hohen Variabilität gekennzeichnet. Und das wäre für mich analog zu sehen, diesen Zustand des offenen Herzens. Und auf einer jetzt eher neurologischen oder Gehirnebene fallen mir hier die drei wesentlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten ein, die von der Natur unserem Gehirn einprogrammiert wurden zu der Zeit, als die ersten Säugetiere entstanden sind. Das waren vor 150 Millionen Jahren so kleine Spitzmäuse. Und die waren irrsinnig erfolgreich, obwohl da noch die großen Dinosaurier da waren, weil wir Säugetiere unsere Körpertemperatur regulieren können, was die Reptilien nicht können. Deswegen konnten die in der kühlen Nacht gefahrlos Futter suchen. Aber das hat Anpassungsmechanismen im Gehirn erfordert, weil die Säugetiere durch den komplexen Stoffwechsel nicht mehr Massenvermehrung machen können wie die Frösche. Die Frösche legen da Froschweibchen, legt 10.000, 20.000 Eier wo ab und dann hopft es weg und hat sofort vergessen, dass es das gemacht hat. Spitzmaus kann vielleicht zehn, zwölf Junge bekommen. Und da musste die Natur jetzt zusätzlich zu dem, was die Frösche schon können, neue Verhaltensweisen und neue Fähigkeiten im Gehirn einprogrammieren. Und die erste ganz wichtige war, das nennen wir Bindungsverhalten. Das hat die Natur gemacht über ein Hormon, das Oxytocin, wird heutzutage auch Kuschelhormon genannt. Das macht uns bei nahen Beziehungen ein ganz angenehmes, kuscheliges Gefühl. Und ist auch die Grundlage jeder Empathie, das mit anderen mitschwingen zu können. Also das, was ja eben mich im Zustand des offenen Herzens dann auch kann. Dass ich fühle, in Resonanz gehe mit jemand anderem und mich nicht verschließe. Dass ich spüre, was in diesem anderen Menschen vor sich geht. Und dass dieser Zustand der Verbundenheit ein unglaublich angenehmer Zustand ist in der Regel. Also ich erlebe das ja auch bei mir und meinen Patientinnen und Patienten, dass dieser Zustand der Resonanz eigentlich, muss ich sagen, für beide Seiten ein heilsamer Zustand ist. Also auch für mich, also das ist das eine, dieses Bindungshormon, Bindungsverhalten. Und das andere, dass die Natur diesen ersten Säugetieren auch das Neugierverhalten einprogrammiert hat. Und das Neugierverhalten hat die Natur wieder mit einem anderen Botenstoff gemacht, nämlich mit dem Propamin, unserem Glückshormon. Und unser Gehirn möchte also gerne neugierig sein, sucht Freude durch Erfolgserlebnisse zum Beispiel. Und das Idealste ist natürlich der Cocktail aus Oxytocin und Propamin. Also wenn ich mit jemandem in einer guten Verbindung bin, Oxytocin ausschütte und wir gemeinsam durch gemeinsame Erfolgserlebnisse, sage ich jetzt einmal, durch gemeinsames Bemühen um eine Sache, auch Dopamin ausschütten. Also das ist der wunderbarste Cocktail, den man sich vorstellen kann. Und das wäre verbunden mit einer ausgeglichenen und daher variablen Stressverarbeitung für mich eigentlich der Idealzustand des offenen Herzens. Das ist unschön. Ich bin sehr froh, dass ich dich eingeladen habe, Wolfgang, weil genau diese Ebene habe ich auch so spannend gefunden, da auch einmal hinzuschauen. Wie beschreibt sich da das offene Herz? Und ich denke mir, es hat auch jetzt schön beschrieben, wo dann weiter die Verbindung auch zum offenen Geist quasi besteht, also über die Neugier und so, wie die auch zusammenhängen und eigentlich ganz wirklich umeinander auskommen. Genau, und vielleicht kann man noch eines ergänzen. Man hat bezüglich unserer Wahrnehmung, haben wir zwei Kanäle, die bewusste und die unbewusste Wahrnehmung. Und mit unserer bewussten Wahrnehmung, die zum Beispiel Sprache verarbeitet, können wir ungefähr 40 Bit pro Sekunde an Information verarbeiten. Mit der unbewussten Wahrnehmung, die alles andere wahrnimmt. Sprachmelodie, Gestik, Mimik, Geruch. Einfach die ganze Schwingung des anderen Menschen können wir 11 Millionen Bit pro Sekunde verarbeiten. Also das ist mehr als das 250.000-fache. Und das fließt für mich auch in diesen Zustand des offenen Herzens ein, dass ich den anderen wirklich auf dieser ganz tiefen Ebene wahrnehme und spüre. Und was wir dann gemeinsam entscheiden, kognitiv, das ist natürlich der Überbau. Das darf schon sein. Aber diese unbewusste Wahrnehmung ist einfach so unglaublich viel mächtiger als die bewusste und liefert mir so viel mehr Informationen. Und wenn ich mich jetzt im Zustand des geschlossenen Herzens befinde, schneide ich mich von all diesen Informationen ab. Dann kriege ich nur 40 Bit pro Sekunde mit. Wenn ich im Zustand des offenen Herzens bin, kriege ich 11 Millionen plus 40 Bit mit. Und das ist einfach ein komplett anderer Wahrnehmungszustand. Was vielleicht auch noch so zum Bild herstellen ganz interessant sein könnte, ist so die Frage, wie kommen wir denn von einem Zustand in den anderen? Was sind da auch eure Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen? Also wie kann man die, die verschlossen sind, weil sie sich vielleicht schützen möchten, auch öffnen oder dazu bewegen, ihr Herz zu öffnen? Oder was passiert auch, wenn man vielleicht offen ist und plötzlich zumacht, aus welchen Gründen auch immer? Also hat so Erfahrungswerte oder Geschichten oder so? Johanna, vielleicht du? Ja, also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Methoden und jeder braucht ein bisschen was anderes. Also muss man, glaube ich, auch gut sich selbst kennen oder beziehungsweise eben sich gut einfühlen können, was jemand braucht. Aber so ganz grundsätzlich, also ich arbeite gern über die Freude. Also das ist auch ein Punkt, der uns das Herz ein bisschen aufgehen lässt. Und über die Kreativität. Also bei mir sind es oft kurze kreative Übungen, die noch gar nichts speziell mit dem Thema zu tun haben, sondern einfach auch ein bisschen, um ins Tun zu kommen, aber noch nichts produzieren zu müssen. Also ein bisschen diese Freiheit auch fühlen zu können. Und manchmal sind das einfach lustige Zeichenübungen, die nur vielleicht eine Minute oder so dauern, die jeder machen kann. Und dann merkt man, hoppala, da tut sich was. Und dann fängt man einfach auch schon an, von einer ganz anderen Ebene zu kommunizieren und geht automatisch in ein anderes Gefühl rein. Also das öffnet schon sehr viel. Ich persönlich arbeite auch einfach gern mit Meditation, weil es mich sehr entspannt und weil ich aus der Entspannung heraus einfach auch mehr spüren kann, ganz bewusst auch mich aufs Herz fokussieren kann. Also es ist auch eine Entscheidung, das zu tun. Und da geht für mich einfach was auf. Also das hat auch tatsächlich damit zu tun, dass sich etwas weitet, also größer wird. Und ich glaube, das passt auch ganz gut dazu, was der Wolfgang vorher erwähnt hat. Man spürt dann mehr. Also man nimmt mehr wahr. Und viele Dinge kann man ja im Kopf gar nicht so gut beschreiben. Aber eben, man kann zum Beispiel dann ein Geräusch intensiver wahrnehmen oder auch ein Geruch oder man bekommt einfach einen anderen Zugang zu dem, was uns unser System eigentlich zusätzlich noch aufnehmen kann. Und allein das bringt einen auf eine andere Ebene. Und ich glaube, dass man es ein bisschen üben muss manchmal. Also das ist nicht immer an jedem Tag so leicht. Aber ich glaube schon, dass es der Weg ist, so ein paar Werkzeuge für sich zu haben, um immer wieder in so einen Zustand auch zu kommen. Also was ich jetzt bei dir gehört habe, war so auf der einen Seite die Bestätigung aus deinem Erleben, von dem, was der Wolfgang erzählt hat, über die Bits, die unterschiedlichen. Also das würde ich auch so jetzt verstehen. Du musst selbst ein offenes Herz haben, um mit anderen in diese offene Interaktion treten zu können. Und dann habe ich so irgendwie stark gehört, Freude, Freiheit und Kreativität, die das fördern, auch in dieses offene Herz zu kommen. Und Wolfgang, was ist so deine Erfahrung? Oder womit arbeitest du da? Ja, ich knüpfe sehr, sehr gerne an dem, was die Johanna gesagt hat. Also Kreativität oder Meditation, Dinge, um in Entspannung zu kommen. Zum Beispiel einmal atmen, meinen Körper wahrzunehmen bewusst. Auch deswegen, weil unser bewusster Geist ist relativ unkreativ. Während das Unterbewusste ist irrsinnig kreativ. Jetzt ist aber der bewusste Geist sehr laut. Diese leise Stimme des Unterbewussten hören wir oft nicht. Also der bewusste Geist könnte man, wenn man das so will, das kann man jetzt verschieden, ich möchte mich nicht auf Definitionen einlassen, aber ich könnte vielleicht sagen, der bewusste Geist ist das, was man Ego nennen könnte. Und das Unterbewusste ist vielleicht das Selbst. Und das sind aber zwei unterschiedliche Naturen. Und oft stellt sich unser Ego uns selbst in den Weg. Ich hake da ganz, ganz kurz ein, weil es ist ein gutes Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, wir machen eine kurze Zeichenübung, das Erste, was kommt, das kann ich nicht. Ja, ja, zum Beispiel. Das ist so ein bisschen dieses Beispiel von, dass man sich sofort da beschneidet auch. Das sind dann die alten Erfahrungen. Und da komme ich vielleicht noch zu einem anderen Punkt, bevor ich dann noch zu meiner praktischen Erfahrung komme. Aber das, was du jetzt gesagt hast, Johanna, das kann ich nicht. Wenn man bedenkt, wo das herkommt, nämlich aus einem Gesellschafts- und Schulsystem, das uns von früher aus der Kindheit an ausschließlich, ausschließlich mit unseren Fehlern konfrontiert, die alle rot angestrichen werden, zwölf Jahre lang, dann ist das eine Gehirnwäsche und eigentlich eine strukturelle Gewalt, die schon auch traurig macht. Weil wie kann ein Mensch sagen, ich kann nicht zeichnen? Also kein gesundes Kind würde das von sich sagen, außer es wurde deformiert. Und in Österreich werden also jedes Jahr zehntausende Kinder systematisch deformiert. Das finde ich ziemlich traurig. Aber jetzt zur Frage, wie komme ich zu diesem offenen Herzen? Kreativität, Entspannung, Körperwahrnehmung, Atmen, Meditation oder, Johanna hat auch gesagt, Freude. Und da knüpfe ich vielleicht an, ich habe für mich diesen Zustand des verschlossenen Herzens, ich finde das einen sehr schönen Begriff. Ich für mich habe schon seit vielen Jahren gesagt, der gemeinsame Faktor von sehr vielen Menschen, die zu mir kommen, ist, dass ich glaube, dass sie mit einem inneren Nein durch ihr Leben laufen. Sei es zum ganzen Leben oder zu einem Teil etc. Und jeder Mensch sehnt sich aber nach einem inneren Ja. Und ich versuche schon im allerersten Gespräch immer drauf zu kommen, wo liegt denn das innere Ja dieses Menschen. Und auch hier muss man aufpassen, dass einem das Ego nicht in die Quere kommt. Deswegen muss man das möglichst unauffällig machen. Also wenn ich jemanden frage, was ist Ihre Vision vom Leben, dann kriege ich ja entweder gar keine Antwort oder einen Blödsinn, weiß ich nicht, eine Villa und eine Ferrari und so etwas ist irrelevant. Aber wenn jemand zum Beispiel sagt, ich halte mein Leben nicht mehr aus, ich kann nicht mehr in diesem Hamsterrad laufen und du fragst dann einfach, sondern und plötzlich kommt der Mensch auf einen anderen Weg und den verfolgt man dann ein bisschen und dann landet man vielleicht bei einer Formulierung, einem Slogan, einem Motto, was für diesen Menschen inneres Ja bedeutet. und ich habe in hunderten und solchen Gesprächen noch nie erlebt, dass das irgendwas Negatives gewesen wäre. Das ist immer was Positives und das war noch nie die Villa und der Ferrari. Das interessiert nämlich unser Selbst und unsere Seele überhaupt nicht. Das ist nur das Ego und der Vergleich mit anderen und so weiter. Und also für mich ist es in diesem Zustand des offenen Herzens zu kommen, gemeinsam mit jemandem vertrauensvoll und in einem sicheren Rahmen in Richtung sich dieses inneren Ja Gas zu bewegen. Und natürlich sehe ich auch viele Menschen, wo es noch etwas mehr braucht, nämlich wirkliche Heilung. Weil natürlich sehr, sehr viele Menschen nicht nur zu mir kommen, sondern weil da draußen in der Gesellschaft sehr, sehr viele Menschen ernsthaft verletzt wurden. Häufig schon sehr früh. Und ich habe gerade heute Vormittag nicht, nachdem ich es anonym erzähle, kann ich es ein bisschen erzählen, eine Frau, die extrem darunter leidet, dass sie von ihren Partnern jedes Mal auf irgendeine verschiedene Weise betrogen wurde und die mit psychologischen Befunden kam, wo ja also eine fast Borderline-Störung attestiert wurde, etc. etc. Und dann kommt es im Gespräch so einfach raus, sie will mit ihrem Schmerz fertig werden. Also dahinter steht als erstes Mal steht ein Schmerz. Und dann habe ich so eine Skala gemacht und am einen Ende der Skala stand der vollkommene Schmerz und dann habe ich gesagt, das würde denn am anderen Ende stehen, hat sie gesagt, lachen. Dann habe ich sie nur hinstellen lassen, wo stehen sie derzeit, wo würden sie gern stehen und so weiter. Und plötzlich kam dann noch ein anderer Begriff von ihr und das ist eben wichtig, dass man da immer sehr genau zuhört. Irgendwann in diesem Gespräch kam von ihr dieser Begriff meine Natürlichkeit. und das habe ich dann auf eine Karte geschrieben. Und wir haben dann die restliche Stunde daran gearbeitet, dass sie, egal mit wem sie verpartnert ist, dass sie eines nie wieder loslässt, nämlich ihre Natürlichkeit. Hintergrund war, dass der Vater sehr früh die Familie verlassen hat und sie eigentlich immer alles tun wollte, um dem Vater zu gefallen und sich daher ihre eigene Natürlichkeit beraubt hat. Und warum ich das aber erzähle, plötzlich waren wir nicht mehr beim Schmerz, sondern wir waren bei ihrer Natürlichkeit. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Energie und diese Frau, die also weinend die Stunde begonnen hat, ging lächelnd hinaus. Und das wäre für mich so ein Schritt in Richtung des offenen Herzens und zwar bei jemandem, bei dem Psychologen, wie sie es halt machen, gemäß Diagnosekatalogen, die irgendwelche Nummern haben, einen Haufen von Störungen diagnostizieren. Und eigentlich will dieser Mensch nur die eigene Natürlichkeit bewahren. Da kann ich nur fragen, ist das jetzt normal oder ist das krank? Gemäß der psychologischen Tests ist sie hochgradig gestört. Das ist ja das Verrückte in unserem System. Nämlich auch, wo wir den Fokus hinlegen. Grundbedürfnis ist vollkommen gesund. In der Mutmacherei arbeiten wir ja auch auf der Basis der positiven Psychologie und da ist ja auch diese Schnittstelle. Dass es erstens einmal darum geht zu schauen, wie kann Leben gelingen und nicht für irgendwelche Defizite, Störungen, Neurosen und so weiter so stark zu fokussieren und vor allem auch diese für mich ganz zentrale Frage, wohin richten wir unsere Aufmerksamkeit? Ist es die Freude, die Kreativität, die eigene Natürlichkeit, der Humor oder ist es quasi das Drama? Ja. Du und Wolfgang, weil du schon dieses innere Ja angesprochen hast, also die Frage drängt sich ja jetzt fast sogar auf, du hast ja auch Planet Yes gegründet, da steckt jetzt quasi ein Jahr zum Planeten oder des ganzen Planeten drinnen, kannst du da ein bisschen erzählen, worum es bei Planet Yes geht? Na ja, Planet Yes ist eigentlich ein Summarum aus Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen aus vielen Jahren, wo ich einfach immer mehr dann festgestellt habe, jeder Mensch sehnt sich nach diesem inneren Ja und wo ich ja gesehen habe, dass dieses innere Ja von den Menschen, die zu mir kommen, nie in keinem einzigen Fall irgendwas Negatives war, sondern immer was Gutes, immer was Positives und jetzt ist es ja so, dass ich daher auch behaupte, ein Mensch, der mit seinem inneren Ja lebt, verhält sich ja verantwortungsbewusst, der verhält sich ja nicht ausbeuterisch und räuberisch und hinter mir die Sintflut, sondern der ist ja in Verbindung mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit der umgebenden, mit der Welt, in der er lebt und es war für mich dann schon auch die Frage, wie kommt es denn zu dieser unglaublichen Pandemie von inneren Neins, weil ich glaube, jetzt leben wir seit zwei Jahren mit dem Begriff Pandemie von Corona, ich glaube, es gibt eine Pandemie von inneren Nein und möglicherweise ist die noch ein bisschen gefährlicher, weil sie Menschen nämlich zu egoistischem, konkurrenzorientierten, ausbeuterischen Verhalten bringt, weil ich glaube, dass ich sonst nicht überleben kann und und wenn man sich fragt, wie kommt es zu dieser Pandemie der inneren Neins, dann erkennt man natürlich relativ rasch, dahinter steht ein System, das letzten Endes auf Ausbeutung basiert ist und das Menschen und Wirtschaft voneinander entkoppelt hat und Planet Yes hat schlichtweg auch viel auf Ökosystem Gedanken beruht, nämlich mit der Frage, wie kann ich denn ein System überlegen, in dem Menschen mit einem inneren Ja leben können, in Verbindung mit sich und anderen und der Natur oder dem aber eben auch unter funktionierenden wirtschaftlichen Bedingungen. Da war die Frage, wie können wir regionale nachhaltige Communities fördern, gestalten, aufbauen, entwickeln, die weniger als es derzeit der Fall ist von internationalisierten Warenströmen und Energieströmen und Materie- und Geldströmen abhängig sind, sondern die eigentlich, wo die Wertschöpfung stärker im Kreislauf geführt wird. Weil für mich persönlich, also die Kreislaufwirtschaft, der Begriff der Kreislaufwirtschaft ist ja sehr populär, aber er wird meistens so betrachtet, dass man halt, weiß ich nicht, die Plastikabfälle von Firma X werden also für die Zäune der Firma Y verwendet und wenn die Zäune wieder wird es für was anderes und die Abwärme wird da verwendet, das ist alles gut, aber aus meiner Sicht müsste der Begriff des Kreislaufwirtschaft noch viel intensiver gedacht werden, nämlich, wie kann ich Ströme von materieller und immaterieller Wertschöpfung stärker in Regionen halten, sodass die Systeme auch viel resilienter werden und da geht es eben nicht nur um jetzt Abwärme und Abfallmanagement und Recycling, sondern da geht es um ein anderes Systemdenken und das war eigentlich die Intention von Planet Yes und wir haben gesehen, dass diese Gedanken sehr, sehr viele Menschen begeistert haben und sind dann eigentlich sehr rasch zu einer Art Vernetzungsplattform geworden, wo wir Menschen und Organisationen vernetzt haben aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die sich normalerweise nie kennengelernt hätten und das lauter Menschen, die eigentlich nach diesem inneren Jahr suchen, der eine halt mehr aus der Wirtschaft und der andere mehr aus der Ökologie und der vielleicht aus der Medienwelt zum Beispiel. Und so hat sich das entwickelt. Ja, und das beschreibt ja eigentlich auch sehr schön mit noch mehr zusätzlichen Ebene, was uns drei in unserer jeweiligen Arbeit oder unseren Bemühungen verbindet, nämlich auch diese Verbindung zwischen dem Inneren und Außen herzustellen beziehungsweise zwischen dem Individuum und ich sage jetzt einmal dem Planeten, diesem größeren Ganzen und ich möchte auch kurz wieder zu dir Johanna gehen oder nicht kurz und du bist ja die Initiatorin der Herzgespräche und hast Gesprächsrunden veranstaltet, wo es eben auch um diese Frage geht oder gegangen ist, so in welcher Welt will ich leben und da auch diesen, also ich denke mir, da steckt eigentlich auch ein grundsätzliches Ja drinnen, zu welcher Welt sage ich Ja, und ich glaube bei euch ist es ja auch viel gegangen und ja, das kann auf der sehr persönlichen Ebene sein, aber sehr oft hat das auch mit ich sage einmal den größeren Systemen und unserem ganzen Planeten zu tun gehabt, oder? Wie war da deine Erfahrung und Erkenntnisse? Absolut, ja, also die Frage, in welcher Welt will ich leben, ist ja eine sehr, sehr große, also die interpretiert auch jeder ein bisschen anders und manche gehen sehr auf die persönliche Ebene, andere eben sehr auf die ökologische Ebene, auf das ganze große wirtschaftliche System, also da gibt es wirklich irrsinnig viele verschiedene Antworten drauf. Ich muss ganz kurz richtig stellen, ich habe die Gespräche nicht initiiert, das war eine liebe Netzwerkfreundin aus Bonn, aber ich habe sie aufgegriffen und in Wien quasi gestartet. Mit der Pandemie haben wir ein bisschen pausiert, aber ich plane fast das wieder aufzunehmen, dass man schon vorab, weil es einfach immer wirklich sehr schöne Gespräche sind, also da geht es tatsächlich drum, ich halte die Gruppen absichtlich sehr klein, sodass auch Vertrauen entsteht, weil man doch relativ frei auch sprechen darf da und da fühlen sich die meisten Menschen einfach wohler und diese kleinen Gruppen sind so extrem spannend, weil so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen aus ganz unterschiedlichen Gebieten, eben ein bisschen so auch wie diese Netzwerkplattform, wahrscheinlich die du gerade erwähnt hast, Wolfgang, nur von einer viel kleineren Ebene noch, aber es beginnt dort, wo sich Menschen aus unterschiedlichen Branchen oder Bereichen verbinden, beginnt was Neues zu wachsen, das erlebe ich immer wieder, weil Ideen anders entstehen, weil jeder was einwirft von unterschiedlichen Blickwinkeln und wenn man dann nicht sofort eben die Idee stoppt, sondern mal zuhört, mal schaut, wo könnte denn das hingehen, dann kann man da wirklich eine Befruchtung stattfinden lassen, also da wächst dann daraus etwas und diese Gesprächskultur, dieses was reingeben, aber auch was nehmen und das aber in Balance zu halten, das finde ich extrem wichtig, wenn wir darüber reden, wie sich unsere Welt verändern darf und ich merke zum Beispiel Menschen, die ihr Herz geheilt haben, sage ich jetzt mal, oder sehr viel innen verstanden haben, also die sehr viel integriert haben und offener sind, haben genau diese Gesprächskultur gelernt, die müssen nicht immer die Ersten sein, die müssen nicht immer am lautesten schreien, die haben aber innerliche Meinung und wissen, was sie zu sagen haben und dass sie eben nicht alles alleine schaffen können, also die meisten Menschen, die ich aus dieser Perspektive kennengelernt habe, die haben einen Blick auf die Welt, wo sie merken, gemeinsam geht es leichter oder es entsteht was anderes, wenn Leute zusammenarbeiten und da geht es eher um Kooperation und nicht mehr eben um diese starke Konkurrenz, die immer noch sehr vorherrschend ist und auch in der Wirtschaft sehr dominant ist, aber ich glaube, wir verändern uns gerade und ich merke einfach, dass es immer mehr Menschen gibt, die wirklich ein großes Interesse daran haben, in diese Richtung zu gehen. Es ist halt für viele noch so ein Schritt, man schaut in die Medien, man schaut einfach immer dorthin, was es gerade gibt und wird eher frustriert, aber Menschen, die sich schon damit auseinandersetzen, finden dann auch immer zusammen. Also ich finde immer mehr Menschen, die so denken und merke einfach, wie viel davon es schon gibt und das ist sehr, sehr motivierend und ich erfahre einfach, dass alle, die sich trauen, da diesen Schritt zu gehen, auch tatsächlich diese Bekanntschaften machen und dann weitergehen können und das motiviert mich halt selber auch. Ich möchte jetzt kurz einer Spur mit euch folgen, einer Spur, die sich so zusammensetzt aus auf der einen Seite, was du, Wolfgang, vorher angesprochen hast, das habe ich kurz im Film riss, es war so ein schöner Tag und vor, ist er wieder frei für was Neues, Kreislaufwirtschaft, genau, das war es, du hast die Kreislaufwirtschaft angesprochen, auch in einem erweiterten Sinn und ich möchte das noch ein bisschen ausdehnen, so quasi als Metapher, mich beschäftigt jetzt gerade die Frage, können wir auch diese Herzenergie, das was aus dem offenen Herzen entspringt, quasi, vielleicht im Kreislauf führen, also ist das so ein selbststärkendes System, vielleicht eine Ressource, die zumindest nicht weniger wird, die vielleicht auch unerschöpflich ist, eine erneuerbare Energie, könnte das so sein und der zweite Aspekt dabei war auch, dass auf der einen Seite Planet, ja ist groß, der ganze Planet, dann hast du Wolfgang aber sehr deutlich gesagt, es geht um regionale Dinge, wie man regional die Ströme halten kann und so und du Johanna hast auch gesagt, die Herzgespräche sind relativ klein, Kleingruppen, also sowas wie hyperlokal quasi und da ist jetzt bei mir so die Frage aufgetaucht, sind das vielleicht auch Voraussetzungen, die eben so ein Kreislauf führen, dieser Herzenergie möglich machen, nur als Gedanke und vielleicht haben wir da gemeinsame Ideen dazu. Vielleicht auch auf Basis des Vertrauens, ja weil Vertrauen ist auch ein Begriff, der schon ein paar Mal gefallen ist, also Vertrauen scheint da auch eine ganz wichtige Zutat zu sein. Ich sage vielleicht kurz was, aber Wolfgang, ich freue mich total, wenn du das dann ausführen magst, also so wie ich es wahrnehme, wir haben einfach immer noch ein bisschen Berührungsängste, wenn es um große Gruppen geht, das heißt eben, wir haben irgendwie gelernt, da müssen wir uns anders verhalten, oder da können wir nicht ganz echt sein, das ist in sehr vielen Menschen sehr drinnen und deswegen mache ich diese Gruppen so klein, weil ich eben genau das vermeiden möchte und so einen Raum schaffen möchte, wo man diese Berührungsängste eben nicht hat und ich glaube, dass das irrsinnig stärkend ist, wenn man in Kleinen startet und dann sich mit anderen kleineren Gruppen vernetzt, weil diese Vernetzung im Grunde, ich stelle es mir irgendwie vor, sehr leihenhaft, aber wie ein Nervensystem, also wenn sie das alles irgendwie ausbreitet, wenn wir da irgendwie kleine Gruppen haben, die aber einfach wissen, was sie möchten und dann zusammenarbeiten, ist das wahrscheinlich effektiver, wie wenn es eine Riesenplattform alleine wäre, weil es auch viel mehr Diversität reinbringt. Und das ist zumindest so, wie ich jetzt damit irgendwie Erfahrung gesammelt habe. Also zu der Frage erneuerbare Energie, Herzensenergie würde ich auf jeden Fall ja sagen, weil ein offenes Herz zu haben und in dieser Energie zu sein, ist für mich eine immaterielle Ressource und materielle Ressourcen werden weniger, wenn wir sie teilen und immaterielle werden mehr, wenn wir sie teilen. Das ist mit dem offenen Herzen so, mit der Liebe so, es ist aber auch mit dem Wissen so. Und insofern auf jeden Fall. Ein anderer Gedanke bei deiner Frage war, ob das quasi immer mehr werden kann. Ich sage ganz gern G leitet vom Herzen und B leitet vom Verstand. Also was ich für ganz wichtig halte, ist, dass man nicht glaubt, man schaltet jetzt entweder das Herz oder den Verstand ein, sondern es geht darum, beides gleichzeitig eingeschaltet zu haben. Aber das Primat hat das Herz. Aber warum ich sage, den Verstand eingeschaltet lassen, ist, man sollte offenes Herz zu haben, nicht verwechseln mit Naivität. Weil sonst läuft man Gefahr. Es gibt ja doch auch Menschen, die noch nicht mit offenem Herzen durch die Gesellschaft laufen. Man könnte Gefahr laufen, dass man ausgebeutet wird. Oder dass man, ja, also dass einfach Dinge passieren, die einem selber oder der Gruppe dann nicht gut tun. Also insofern schon auch wach zu bleiben und nicht zu naiv zu werden, sondern ja, halt auch realistisch, aber trotzdem mit offenen Herzen. Ich glaube, dass das absolut möglich und notwendig ist. Und ich glaube schon, dass eine gewisse regionale Regionalität immer wichtig sein wird, weil so sehr immaterielle Ressourcen ausgetauscht werden können, es sind und bleiben auch physische Wesen. Ich kann mit meiner Wesenheit nur an einem Ort dieser Welt zugleich sein. Und wir sind einfach auch unglaublich haptische Wesen. Das, was wir angreifen, riechen, schmecken können, einen Menschen, den wir physisch berühren können, etc. etc. Also bei aller Globalisierungs Fantasie würde ich es weder für erreichbar noch für erstrebenswert halten, uns komplett von dem zu lösen und alles ist global vernetzt. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, viele Dinge können global vernetzt werden, auch Austausch kann global vernetzt werden. Wir hatten zum Beispiel bei Planet Hessen, da kann man leider gerade Corona ein Projekt planen, wo man Schulklassen aus ganz verschiedenen Regionen der Erde einfach nur dadurch vernetzen kann, dass in jeder Klasse ein großer Bildschirm steht, wo sich die Kinder einmal in der Woche treffen können. Das ist ja extrem einfach. Und schon kriege ich ein Gefühl dafür, wie andere Kinder auf einem ganz anderen Erdteil leben. Also das kann ich schon machen. Aber eine gewisse physische, regionale und sehr geografisch, sehr lokale Komponente wird, glaube ich, auch deswegen bleiben, weil wir ja auch von unserem ganzen Emotionssystem Kleingruppenwesen sind. Wir sind gebaut für die Affenhorde. Das ist also, und das wird sich in den nächsten Millionen Jahren auch nicht ändern, weil das einfach in der Evolution angelegt wurde. Und das ist ja auch nicht ein Makel oder ein Nachteil, den man jetzt weg machen muss, weil wir müssen jetzt alle global sein. Das ist ein Faktor, den man anerkennen darf, was ja aber eben nicht bedeutet, dass wir jetzt plötzlich alle nur mehr regional denken und uns abschotten und überhaupt nicht. Man kann es ja miteinander verbinden. Aber eine gewisse Lokalität ist, glaube ich, in der Natur des Menschen drinnen und auch absolut legitim, wenn sie nicht zur Abgrenzung führt. Wenn es zu Abgrenzung führt, würde ich jetzt einmal mutmaßen, ist meistens auch das Herz verschlossen. Natürlich, genau. Und ich denke, so viele Bestrebungen, die es jetzt gibt, zum Beispiel diese Wiederbelebung von Grätzungen und so weiter, die spielen das ja auch zum Teil wieder, dieses lokale, regionale, weil da gibt es auch etwas Verbindendes. Zum Thema Abgrenzung und geschlossenes Herz gibt es eine doch ziemlich beunruhigende Studie. Man hat Menschen mit versteckter Kamera in den Raum gesetzt, zu einem Interview eingeladen und der Interviewer hat gesagt, er muss jetzt noch kurz was erledigen, er kommt in zehn Minuten wieder und der Proband soll doch inzwischen einmal die Sessel herrichten, dass man sich einander gegenüber setzen kann. Die standen irgendwo im Raum verteilt. Bei der einen Gruppe hing ein Bild mit einem Aquarium an der Wand und in der anderen Gruppe hing ein Bild mit einem Geldhaufen an der Wand. Die Leute hatten natürlich keine Ahnung, dass das Bild irgendeine Bedeutung hat. Nur die Probanden, die in dem Raum waren, wo der Geldhaufen an der Wand hing, haben die Sessel durchschnittlich 70 Zentimeter weiter auseinander gestellt. Und das ist für Währung, warum gerade in Gesellschaften wie unserer, wo wir zu den Menschen gehören, die mit Abstand am meisten besitzen, verglichen mit 90 Prozent der Weltbevölkerung, die Abgrenzungsfantasien mit Abstand am größten sind. Warum unsere Herzen verschlossen sind, während du in ärmeren Ländern oft wesentlich mehr Barmherzigkeit erlebst. Da fällt mir eine andere Studie ein, da ist es um Hilfsbereitschaft gegangen und wodurch die auch gefördert oder verhindert wird oder so und da haben sie, ich glaube, es ist auch ein Unicampus oder in einem öffentlichen Platz hat halt eine Schauspielerin die, die sich durch den Anblick mit der Natur verbunden gefühlt haben. Die waren wesentlich offeneres Herz, offenbar wesentlich hilfsbereiter als die, die eher technisch geprimed worden sind. Das habe ich auch spannend gefunden. Jetzt fällt mir eigentlich ein gutes Thema für eine nächste Masterarbeit ein, die ich betreuen könnte. Man könnte nämlich das Experiment mit den heruntergefallenen stiften in jedem Wiener Gemeindebezirk machen und ich würde spekulieren, dass in Hitzing, Töbling und der inneren Stadt die wenigsten Leute ist. Das wäre spannend, ja. Die sind ja nicht umsonst so wohlhabend geworden. Ist jetzt provokant, aber ist, glaube ich, wäre spannend, das zu untersuchen. Johanna, du wolltest etwas anmerken, oder? Ja, weil ich es einfach sehr interessant finde, genau das, nämlich im Alltag dann auch zu leben, weil wir sind ja nicht immer mit schöner Umgebung konfrontiert. Es gibt ja, wenn wir rausgehen, oft Stresssituationen oder unfreundliche Menschen oder laute Baustellen oder Beispiele in der Nennie. Ich glaube, dass es einfach schön ist, wenn man sich so ein bisschen zur Aufgabe macht, zu schauen, wo kann ich es im Alltag trotzdem einfließen lassen, auch wenn die Alltagssituation das eigentlich nicht hergibt, weil ich glaube, da genau können wir auch auch, also müssen wir natürlich selber wollen, aber da können wir tatsächlich einen Unterschied machen. Also im Kleinen, auch an der Supermarktkasse, irgendwo, also diese mini kleinen Alltagssachen, ich finde, dass das extrem viel ausmacht und selbst wenn man selber zum Beispiel mal keinen so guten Tag hat und es lächelt einen jemand an oder hilft oder macht irgendwas, was einem vielleicht gut tut, der Tag ist ein bisschen besser gleich, wenn zumindest jemand freundlich ist, aber man selber vielleicht gerade nicht schafft und umgekehrt kann man das auch jemandem geben und ich glaube, dass wir eben damit auch so offenere Kommunikation einfach fördern können. Ja, der kleine Gedanke könnte man, würde mir einfallen, dass jeder Akt der Freundlichkeit wie ein Steinchen ist, dass du ins Wasser wirbst. Ja. Und dann haben wir wunderschöne Ripple-Effekte. Was ermöglicht uns denn eigentlich das offene Herz alles? Also was kann dadurch in die Welt kommen, was vielleicht, wenn die Sesseln was siebenmal so weit entfernt stehen, 70 Zentimeter weiter und so ein anderes sind vielleicht nicht passiert. Was hat die Welt auch davon? Ich glaube, dass es mehr Balance geben wird. Also das, was ich vorher auch schon angesprochen habe, dieses Geben und Nehmen im Balance. Dass ich quasi was reingebe ins System und auch weiß, dass ich mir was nehmen darf, dass das in einem Gleichgewicht steht. Und vielleicht ist es ein naiver oder utopischer Gedanke, es mag sein, aber ich glaube einfach, im Kleinen funktioniert das schon. Also ich nehme es schon so wahr, Menschen, die sehr bei sich sind, schaffen das im Kleinen schon. und das gibt mir irgendwie Mut, dass es in einer größeren Funktion auch möglich ist. Und ich weiß allerdings einfach noch nicht genau, wie das auch mit unserem Wirtschaftssystem funktionieren kann, weil ich glaube, das ist einfach ein großer Knackpunkt, wie man das da rein bekommt, also wie sich das System da ändern kann, weil das einfach sehr, sehr viel Einfluss darauf hat, wie auch die Denkweise ist, sprich in unserer Leistungsgesellschaft oder wie man sich eben das Leben leisten kann, das ist ein Riesenthema bei uns und ich glaube, da muss man ansetzen, aber da haben die wenigsten Menschen schon Lösungen und ich glaube, wir können nur im Kleinen starten, nur mit diesen kleinen Alltagsthemen haben wir eine Chance, das irgendwie in Bewegung zu bringen, dann wird sich im Größeren auch was verändern. Mein erster Gedanke auf deine Frage Ihrer, was wäre möglich, wenn alle mit offenem Herzen leben, war mein erster Gedanke alles, weil wir in Wahrheit ja keine Ressourcenknappheit haben, sondern eine extrem ungerechte und ungleiche Verteilung dieser Ressourcen und natürlich ist das eine Utopie, aber warum soll man nicht eine Utopie mal als Stern an den Himmel hängen und wie man so schön sagt, selbst wenn wir ihn verfehlen, landen wir immer noch am Mond. Also wir haben das Gedanke eben, dass das erstens finde ich sehr schön diesen die mit einer gewissen Achtsamkeit auch sich selbst gegenüber umgehen. Die werden das also eher schaffen auch im Alltag. Zum Wirtschaftssystem angesprochen würde ich vermuten, dass es andere Organisationsformen braucht, weil die klassische wirtschaftliche Organisationsform bringt Systembedingungen mit sich, die Selektionsbedingungen in den Unternehmen und Konzernen schaffen, sodass man also weiß, dass in den hohen Führungsebene Ebenen sind sechsmal mehr Menschen mit soziopathischer Persönlichkeitsstruktur als in der Normalbevölkerung, weil diese Filter dieser Konzerne so funktionieren, dass je rücksichtsloser du bist, desto höher kommst du hinauf. Und daher wird das in einer solchen Organisationsform nicht möglich sein, weil ich habe dann immer sozusagen diese Selektion an der Spitze. Zumindest statistisch, das heißt nicht alle, aber statistisch wird es einfach viel häufiger. Ich schaffe quasi einen Systemeffekt in Richtung Rücksichtslosigkeit und Konkurrenz und ich müsste Organisationsformen finden, die einen Selektionsdruck in Richtung Kooperation machen. Und es gibt erste Beispiele, Hologratie und Soziokratie und es gibt auch Vorzeige in Unternehmen, die sowas umgesetzt haben, aber sozusagen im ganz großen Maßstab gibt es das halt noch nicht und und das ist also sicher ein daher derzeit noch ungelöstes Thema, auch was die Form der Demokratie anlangt, die ja derzeit also höchst suboptimal ist und natürlich in der Politik ähnliche Selektionsbedingungen herrschen. Und das ist einfach ein Systemdruck, der, wie wenn in der Evolution ein Druck ist, dass Vögel mit längeren Schwanzfedern bevorzugt Weibchen bekommen, dann kriegen die Vögel halt immer längere Schwanzfedern über hunderttausenden Millionen Jahre, bis sie nicht mehr fliegen können. Es gibt solche viele Beispiele aus der Biologie und in unserer Gesellschaft ist es ähnlich und deswegen bräuchten Systeme ihren Selektionsdruck in Richtung Kooperation erzeugen. Aber wie diese Lösung genau ausschauen könnte, da muss ich für den Moment auch noch passen. Vor allem die Lösung im großen Stil. Natürlich, ein hilfreicher erster Schritt ist immer dieses Vorleben, dass es Menschen gibt, die vorangehen, die vorleben, wie das ausschauen kann, die zum Beispiel in einer Führungsposition auch eine andere Fehlerkultur, überhaupt eine andere Organisationskultur einbringen. Allein sowas ist auch schon ein Schritt raus aus diesem. wir sind zumindest oder meistens zwölf Jahre lang geprägt durch, wir dürfen keine Fehler machen, sonst kommt der Rot Stift. Und wenn man dann im Arbeitsleben vielleicht trotzdem das vorgelebte Beispiel bekommt, natürlich darf ich Fehler machen, ich soll Dinge ausprobieren, ich soll kreativ sein, ich soll verschiedene Zugänge wählen und manche funktionieren besser als andere, dann weicht das auch schon ein bisschen auf, aber es ist natürlich noch nicht dieser große Wurf zu einem komplett anderen Wirtschaftssystem. Was mich da noch interessieren würde, gewisse Verhaltensweisen sind ja gelernt, im Gehirn auch abgespeichert als Muster oder als das, was ich weiß, das wird ja auch weitergegeben, wenn ich als Kind aufwachse, lerne ich gewisse Verhaltensweisen und die speichern sich ja auch im Gehirn ab, habe ich eine Möglichkeit, das neu zu lernen, also kann ich diese gelernten Verhaltensweisen umlernen, ist unser Gehirn fähig dazu? Ich würde vielleicht einmal so anfangen, es ist ja also keineswegs so, dass der Mensch nur gut ist in seiner Anlage, das ist ja die alte Geschichte der Janusköpfigkeit, also wir haben natürlich auch weniger verträgliche Seiten in uns, wir haben einen Aggressionstrieb, wir haben auch bestimmte Giermechanismen, friss alles, was du siehst und so weiter, das ist auch evolutionär angelegt, also das ist, beides ist in uns drinnen, die Fähigkeit zur Aggression oder zur Kooperation und welcher dieser Mechanismen dann letzten Endes die Oberhand gewinnt und den anderen auch zähmen und bändigen kann, ist der, der gefördert wird, die alte Geschichte vom Schwarzen und Weißen Wolk, wer wird gewinnen, der, den du fütterst und insofern ist also erstens einmal für mich wichtig anzuerkennen, dass der Mensch auch problematische Anteile in sich hat, dass das jetzt aber nicht unbedingt ein Makel ist, weil in einem Aggressionstrip steckt ja auch sehr viel mit Feuer, wenn ich es bändigen kann, dann kann ich es nutzen, wenn ich es nicht bändigen kann, dann wird es schädlich. Also auch nicht rosa-rote Brille, dass jetzt in Wahrheit alle gut sind, das ist nicht so, aber ich kann es fördern. Natürlich, je früher ich es fördere, umso eher wird es sich auch gut entwickeln und etwas, was ich gelernt habe, kann ich auch wieder verlernen. Natürlich, je früher es mir eingeprägt wurde, umso tiefer wird es sitzen und es braucht dann vielleicht eine etwas konsequentere Entwicklung, aber grundsätzlich kann ich das natürlich, kann ich neue Verhaltensweisen auch im Erwachsenenleben lernen und oft geht es ja bei antisozialen Verhaltensweisen stärker auch um dahinter liegende Ängste und Verletzungen und wenn die heilen können, dann kann sich auch das Verhalten ändern. Auch gegenseitiges Verständnis ist dafür unglaublich wichtig. Ich ermuntere Paare auch oft Dialogformen zu lernen, in denen man wirklich ein tiefes gegenseitiges Verständnis erlangen kann und das führt auch zur Heilung von ganz alten Wunden. Aber solange natürlich die Verletzungen offen sind, wäre ich mir mit Lernen von Neuem schwer tun. Ja, und ich glaube eigentlich, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, weil Kinder, die den Zugang zu neueren Formen von Kooperation sehr früh lernen, werden sich ja auch andere Erwachsene selbstverständlich und jetzt muss man aber schauen, unter welchen Bedingungen findet Schule statt, also ich rede jetzt noch einmal von der Schule, sich gegenseitig zu helfen bei einer Prüfung ist dezidiert verboten. Gleichzeitig lernen Kinder im Religionsunterricht dann, wie toll die Samariter waren und in der nächsten Stunde wird ihnen verboten, sich gegenseitig zu helfen. Also ist ein bisschen verrückt alles. Ja, ich sehe da auch sehr großen Handlungsbedarf, also Kindergarten, Schule, sind eh schon Themen, die auch im Gespräch sind, aber bevor es in die Wirtschaft geht, ist eigentlich schon das, was vorher, ja, was an Kindern nachkommt, auch wichtig, also wie die geprägt werden. Das alles zusammen. Und um jetzt nicht alles die Schulen aufzulasten, es geht natürlich auch in erster Linie um die Familie. Alles, ja, ja. Ich erlebe zunehmend Familien, wo die Eltern überhaupt nicht mitkriegen, was ihre Kinder machen, weil nämlich auch die Eltern ständig am Handy sitzen. Wenn man sich nur diese Mütter anschaut, die ihren Kinderwagen vor sich herschieben und gleichzeitig ständig im Smartphone quatschen. Was ist denn das? Da wird ja eigentlich das Kinderwagen mit dem Kind Spazieren gehen wird zur reinen technischen Aufgabe, aber die Aufmerksamkeit liegt völlig woanders. Unfälle auf Kinderspielplätzen haben sich um ein Mehrfaches erhöht, obwohl die Spielplätze immer sicherer werden, weil die Eltern alle aufs Smartphone schauen. Also das heißt, wir leben mit ganz vielen Familien, wo die Eltern gar nicht mehr mitbekommen, was ihre Kinder eigentlich machen. Und dann wird es natürlich schwer von Kooperation und Geborgenheit und Vertrauen und Aufmerksamkeit und Verständnis zu reden. Was mir bezüglich Schulen sehr Mut macht, ist, ich arbeite jetzt mit einigen Menschen aus dem Bildungsbereich auch zusammen, vor allem mit IFTE, und die arbeiten auch sehr stark mit positiver Psychologie und rollen jetzt in ganz Österreich das PERMA TEACH aus, wirklich ein ganz, ganz tolles Programm, das vor allem Lehrkräfte, aber auch Bildungsbotschafterinnen und so weiter eben vorbereitet, wie kann man im Wesentlichen alles das, was wir heute auch schon besprochen haben, wie kann man das den Kindern möglichst früh nahe bringen, wie kann man das in den Unterricht hineinbringen, in den Alltag hineinbringen, gute Beziehungen pflegen, die eigenen stärken können, sich auf dieser Basis engagieren, positive Erregungen wahrnehmen und verstärken und zelebrieren, Sinn im Leben finden, sich zu betzen, die reichen, auf auf das sind wunderbare Beispiele, um nicht missverstanden zu werden, ich möchte überhaupt nicht Lehrerinnen und Lehrer kritisieren, weil ich glaube, dass sehr sehr viele nach solchen anderen Arten des Umgangs mit den Kindern sehnen, aber sich gleichzeitig im Alltag außerstande sehen, das auch nur ansatzweise umzusetzen. Ähnlich wie viele Ärztinnen und Ärzte sehr gerne mehr Zeit für ihre Patientinnen hätten, alleine sie ist ihnen nicht gegeben. Es geht nicht um ein Lehrer-Bashing, sondern um ein Infragestellen von Systemen, die letzten Endes aus der Zeit von Maria Theresia gekommen. Also so hätte ich dich eh auch überhaupt nicht besprochen. Mir war es mir wichtig, das auch zu erzählen, so mit meinem Mutmacherei Hintergrund, immer sagen, was gibt es schon, wo tut schon jemand was, in Richtung Verbesserung positiven hin. Und was mir an dem auch gut gefällt, das ist nicht etwas, was die Schulen dann quasi zusätzlich machen müssen, irgendein Programm, wo man nicht weiß, wie das reinpasst, sondern was eher eine neue Haltung prägen soll. Wenn die Lehrenden diese neue Haltung gut integrieren können und so weiter, gehen sie auch völlig anders mit den Kindern um und haben wiederum andere Ressourcen Innere zur Verfügung. Und das finde ich sehr schön auch. Brauchen wir mehr davon, ja. Ja, schon, gell, mehr, 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 mehr. Eines der Themen für heute ist ja auch die Intuition. Können Sie mir helfen, die ein bisschen einzuordnen auch? Was ist denn das überhaupt? Und hänge ich die mit dem offenen Herz irgendwie zusammen? Braucht eines das andere? Oder wo bewegen wir uns denn da? Habt ihr da Gedanken dazu? Ja, ich würde anschließen an das, was wir eingangs ein bisschen besprochen haben, nämlich die unbewusste Wahrnehmung mit den elf Millionen Bit. Mit dem offenen Herzen steht dir das zur Verfügung und das ist die Basis deiner Intuition. Und wenn das Herz verschließt, hast du keine Intuition. Dann entscheidest du auf scheinbar faktenorientiert, aber letzten Endes ohne Herz und ohne Intuition. Insofern könnte man das in der Gehirnforschung vermutlich sogar ein bisschen quantifizieren. Das heißt, die Intuition ist dann sowas wie der Wegweiser durch diese unglaubliche Datenmenge, die es da eigentlich gibt. In einer Welt, die nicht verspricht von dieser VUCA World, Volatility, Uncertainty, Complexity, Inviguity, also einer ständig sich verändernden, komplexen, unvorhersehbaren Welt, sich da durchzunavigieren und braucht, glaube ich, eine gut integrierte Intuition, sprich Bauchgefühl, das hat ja dann auch wieder viel mit Körperwahrnehmung zu tun, weil sich unsere Wahrnehmungen, Emotionen, Gedanken natürlich auch im Körper manifestieren, in bestimmten Körpergefühlen, das ist also kein Humbug, sondern das ist ja wissenschaftlich klar und wenn ich also auch daher mein Körpergefühl wahrnehmen kann, wenn ich achtsam mit mir selbst bin, wenn ich mitkriege, wie geht es mir gerade, was fühle ich gerade, dann kann ich meine Intuition nützen, wenn ich mich davon abschneide, ich kenne viele Menschen, speziell sehr gestresste Managertypen, die haben für ein normales Körperempfinden gar kein Vokabular mehr, die kennen nur Worte von, wenn wo eine Störung ist, dort wird es weh, dort wiegt es, aber wie man sich normal fühlt, können sie nicht mehr benennen, ist ganz interessant, diese Beobachtung über die Jahre. Spannend, Johanna, du hast da sicher auch Beobachtungen dazu, oder, in deiner Arbeit auch. Ja, also Intuition hat für mich sehr viel mit Vertrauen und Zuhören zu tun, weil für mich ist die Intuition was ganz Kurzes und die ist meistens, also die kommt, ohne dass man es wirklich erwartet, so ganz kurz daher und dann aber findet man sofort einen Weg raus, weil der Kopf gleich natürlich eine Erklärung hat oder auf irgendwas zurückgreift, was man schon weiß und dann sagt, na, das gibt es ja nicht oder so irgendwie, dass man sich sofort wieder rausredet aus dem, was man so im ersten Moment quasi wahrgenommen hat und ich glaube, es ist wichtig, sich da zu lernen, diesem ganz ersten Gefühl auch zu vertrauen oder zumindest zuzuhören und da mal rein zu hoachen, weil ich glaube, dass wir das ganz oft nicht machen und dem auch Raum geben, obwohl es sehr unwichtig erscheint. Also wir sind ja, finde ich, schon sehr in die Richtung unterwegs, dass wir die kleinen Sachen eher überhören, also gerne zumindest und die sind für mich oft das Zeichen, wo man aber eigentlich mehr hinhören darf und das würde ich für mich als Intuition bezeichnen und geht natürlich sehr, sehr viel leichter, weil also das Herz gibt dem Raum, das Herz macht weit und also da haben eben diese Millionen von Bits haben da Platz, so, ja. Für mich ist immer so die griffigste Beschreibung der Intuition Situationen, wo man ja nicht gefolgt ist, wo man dann nachher sagt, ah verdammt, eigentlich habe ich es gewusst, aber ganz kurz habe man gedacht, keine Ahnung, Variante A oder was auch immer, das hätte ich machen sollen und sich an das dann zu erinnern und zu sagen, das ist die Intuition gewesen, die dann so oft überbrüllt wird vom Verstand oder so. Und wenn man lernt, das eben wahrzunehmen, dann kann man auch natürlich dann auch viel besser leben. Heißt das jetzt aber auch, dass man das offene Herz im Grunde genommen auch für sich selbst haben muss, so im Sinn auch offen nach innen zu sein, weil Wolfgang, so wie du beschrieben hast, die kennen gar nicht mehr die Vokabeln für wie geht es mir eigentlich und so, da ist wahrscheinlich die Offenheit nach innen auch gar nicht so da, also die Weichheit auch sich selbst gegenüber zu haben. Man würde eigentlich, also üblicherweise würde man antworten, wer nicht offen nach innen ist, kann auch nach außen nicht offen sein. Trotzdem stelle ich dem ein bisschen eine andere Erfahrung zur Seite, nämlich so wie es glaube ich vielen Ärztinnen und Ärzten geht, dass sie nämlich sehr wohl sehr offen den Patientinnen und Patienten gegenüber sind, aber auf sich selbst gar nicht mehr achten. Und das ist über einen bestimmten Zeitraum schon möglich. Es ist nicht gesund und wenn ich auch auf mich achten kann, bekomme ich eine noch neue Qualität dazu. Aber grundsätzlich nicht, dass ich es empfehlen würde, aber ich würde es eben nicht so eins zu eins sagen, nur wer auf sich selber hören kann, kann auch auf andere hören. Glaube ich nicht unbedingt, aber vorzuziehen ist es allemal. natürlich. viel Einsatz betreut und am Schluss ein Herzinfarkt hat. Dann blüht es zwar am Feld, aber er hat nichts mehr davon. Ich würde jetzt gerne mit euch, weil wir schon bei der Landwirtschaft sind, noch so eine ganz kurze Ernte machen. Wir haben alle möglichen Gedanken ausgesät und Samen gesät. Ob wir schon ernten können, weiß ich nicht, aber vielleicht nur ganz, ganz kurze Abschlussbemerkung von euch. Was nimmt euch mit? Wie war dieses Gespräch für euch? Wie geht es eurem Herzen gerade? Also ich fand es sehr, sehr schön und mir taugt es irrsinnig. Also ich bin, ich spreche einfach von der Gefühlsebene oder von meinen Erfahrungen oder wie es ich einfach auch erlebe, aber ich mag das sehr, das einfach in einen größeren Zusammenhang zu stellen und ich finde es irrsinnig schön, auch wenn Menschen das tun, die Themen aus verschiedenen Ebenen betrachten, weil es dadurch einfach mehr Boden bekommt und ich finde das generell schöne Herangehensweise fürs Leben. Ich fand es auch sehr schön und bereichernd, weil ich sehr schön auch diese Aspekte von Sanftheit, Weichheit, gegenseitiger Achtsamkeit und auch im Kleinen Beginnen sehr schön fand, weil ich glaube, um im Kleinen zu beginnen und nicht gleich um das Risige zu denken, erfordert eigentlich oft mehr Vertrauen und denkt man nur gerade möglicherweise ist das auch so ein bisschen zwischen Johanna und mir so das weibliche und männliche Prinzip, wo die Männer immer gleich irgendwelche riesigen Pläne machen müssen und die Frauen dann vielleicht für das sehr Konkrete Gelebte im Kleinen sorgen und deswegen habe ich es aber auch sehr genossen, weil ich dann auch wieder etwas gelernt und auf etwas hingewiesen wurde. Danke. Für mich war es ein ganz, ganz wunderschönes Gespräch. Die Zeit ist mir so verflogen mit euch und ich glaube, wir könnten da noch wahrscheinlich stundenlang eintauchen und so. Ich habe es auch sehr, sehr schön und berührend gefunden, die Offenheit, die ich in diesem Gespräch auch wahrgenommen habe, dieses gute Zuhören und aufeinander eingehen und aufgreifen, was die anderen gesagt haben und in die eigenen Gedanken einbauen und ich glaube, dass da auch sehr viel offenes Herz gelegt wird in solchen Gesprächen. Auf jeden Fall bin ich euch ganz, ganz dankbar für eure Zeit und dass ihr für dieses doch auch Experiment in deiner Form zur Verfügung gestanden seid. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch weitere spannende Dinge gemeinsam machen werden in der Zukunft. jedenfalls ganz, ganz lieben Dank für euch und für diesen Moods Talk und auf weitergegangen. Ciao. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Moods Talks Powered by die Moodmacher Bye-bye. Bye-bye.